Und damit ein herzlich willkommen zu Rücktus... Ruktus? Was laber ich da wieder? Auf jeden Fall willkommen zurück zu Super Mario World. Diesmal hoffentlich etwas flüssiger. Ich habe mich wieder weitere Einstellungen getroffen. Vielleicht merkt ihr es jetzt. Läuft es noch flüssiger. Aber hoffentlich. So, es war schon eine lange Zeit her, seitdem ich... Ich muss mal kurz was gucken. So, jetzt klappt wieder alles. Das war eine lange Zeit her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ja, ihr merkt davon nicht allzu viel. Vor allen Dingen, ich habe es euch sowieso schon verraten im vorletzten Part. Ähm, ja. Da habe ich euch gesagt, alles ist schrecklich. Die Aufnahme war kaputt. Ja, die Aufnahme war wirklich zerstört. Aber darüber wollen wir jetzt auch nicht mehr weiter reden. Und ich sterbe hier am laufenden Band. So muss das sein, Freunde. Ihr kennt es. So. Ein Versuch erneut. So, Friends. Ähm, der Fisch muss erstmal zur Seite sein. Ich habe vor, heute einen nicht so langen Part zu machen. Aber ich mache einen Part. Seid froh. Oder auch nicht. Je nachdem, wie ihr mich findet. Das müsst ihr ganz für euch selbst entscheiden. Auf jeden Fall, es war so circa mindestens einen Monat her, seitdem ich das letzte Mal vielleicht aufgenommen habe. So richtig. Ähm, und ja. Jetzt ist wieder alles frisch und ich bin gerade aufgestanden. Mal wieder. Es ist ein Samstagmorgen. Ja, in der Woche habe ich leider nur sehr wenig Zeit. und leider auch nur wenig Lust und wenig Möglichkeiten und Gelegenheiten dazu, die mir dann sagen, yo, jetzt kannst du endlich aufnehmen. Und ja, jetzt ist eine dieser Gelegenheiten, wo ich aufnehmen kann und alles ist süß. Oh nein, diese Fische sind schrecklich. So. Ja, und übrigens, ähm, Wenn ihr das seht, ist es jetzt vielleicht nicht mehr aktuell, aber gestern war der 11. September. Das heißt, der Release von Super Mario Maker. Und es ist gerade hier etwas unflüssig. Das liegt nicht an der Aufnahme. So, jetzt ist wieder alles gut. Ähm, ja. Der Release von Super Mario Maker war gestern. Der 11. September. Ihr seht das hier vielleicht so circa eine Woche später oder zwei Wochen später. Das ist hier ja jetzt auch nicht allzu schlimm. Und die Fische gehen mir tierisch auf. Geist. Geil. Super. Los gehen, Mario. Schwimmen, schwimmen, schwupp, schmupp, 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 schmupp. So. So, Freunde. Das war schon eine längere Zeit her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Und hier sind überall Fische. Und Chuck Norris ist da unten auch wieder und alles ist schrecklich und alles ist wieder... Wenn es jetzt übrigens... Ja. Ja. Ist schon gut, hat sich erledigt. So. Ich würde sagen... Wir kümmern uns um das nächste Level. Oder? Oder auch nicht. Ich würde sagen, wir binden den Part hier. Nee, Spaß, ein Level. Hängen wir noch dran. So. Hast du sehr schön gemacht, Mario. Ich bin stolz auf dich. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Freund. Ja. Übrigens, es hat sich vieles getan in letzter Zeit. Und... Ja. Und... Auch weniger Zeit habe ich, was ich sehr scheiße finde. Weil ich ziemlich gerne Let's Playa eigentlich. Ich bin eigentlich zu der ungünstigsten Zeit angefangen. Und das ist natürlich nicht so vorteilhaft, aber... Mir egal. Ich muss mal kurz bei mir gleich den Sound leiser stellen. Ihr merkt es nicht. Ich... Das ist jetzt nur bei mir jetzt. Ein Moment. So. Ich glaube, so ist etwas leiser. So ist es super. Und jetzt kommen wir auch endlich da. Was mache ich hier eigentlich? Ach ja. Wie gesagt, der Release von Super Mario Mechawa, den kann ich natürlich leider nicht Let's Play. Ach, die Gammas, Alter, ne? Ähm, weil ich keine... Kein Aufnahmesystem habe, was sowas aufnimmt. Dann sagen jetzt einige von euch, ja, kauft ihr doch was. Sag ich. Ja. Als ob ich mich andere Sachen eher kaufen muss, weil ich noch viele andere Dinge leider noch brauche. Also, die leider Gottes wichtiger sind und ich halt nicht kein Sterni-Millionär bin wie der Bewohner. Und ja. Alles ist schrecklich. Das war natürlich wieder große Kunst. Und ich möchte jetzt das... Der Bob-Omb, der steht mir überhaupt nicht. Und das finde ich richtig assi, dass die Blasen da platzen, wo man ist. Manchmal. Okay, die jetzt nicht... Ja, ich... Ich hätte vielleicht weitergehen sollen. Ich hätte vielleicht weitergehen sollen, ja. Freunde. Ja, fuck. Bleibt mich am Arsch. Das ist doch nicht schön. Ja, ich will jetzt auch nicht weiter über den Super Mario Maker reden, weil... Viele andere beschäftigen sich schon damit und deshalb kümmern wir uns jetzt einfach um das hier und jetzt, um den Part von Super Mario World, einem auch wunderschönen Spiel. Und vielleicht zeige ich euch mal etwas Vergleichbares mit, äh, wie Super Mario Maker und zwar Luna Magic. Damit haben auch die meisten diese Hacks gemacht von Super Mario World und ich kenne mich da zu 20% komplett mit aus. Und ja, vielleicht kann ich euch da mal was zeigen, was da so abgeht. Was hält ihr davon? Findet ihr das gut oder... Wie seht ihr das? Ich glaube, ich sollte mal eine Service-Date machen. So. Ja, so wird's nicht gemacht. So. Jetzt gehst du erstmal hier am... Nee, der Pilz lässt da sein. Das dauert mir zu lange jetzt. Wir wollen... Bevor ich hier wieder sterbe... Alter, sind die Asoziali-Gegner hier. Das ist ja richtig... Ist ja richtig hart. Und wisst ihr, was auch hart ist? Marius. Nee, ich sag's lieber nicht. Das habe ich sehr geil gemeistert. Auf jeden Fall, ähm, wollte ich noch was sagen, glaube ich. Ja. Ja, 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 ja. Ich weiß, was ihr sagen wolltet. Der Kanal hat sich übrigens umbenannt. Ähm, vorher hier ist Survivors. Jetzt heißt er Tayo Su. Vielleicht benenn ich ihn mal wieder um. Ich weiß noch nicht. Ich bin auf jeden Fall nie ganz komplett zufrieden. Ich hab aber... Hm, ich weiß es noch nicht. Ihr werdet es sehen. Deshalb brauchen wir. Deshalb haken wir das einfach mal so ab. Und schillen hier weiter bei Super Mario Worldos. Popperldos. Was auch immer das ist. Freunde, Freunde, Freunde. Dieser Schacknau ist hier. Der ist ein harter Bursche. Wisst ihr, was auch hart ist? Der Bursche. Alter, was ist hier denn los? Ich will hier jetzt nicht nochmal abkratzen. Ich gucke jetzt ganz sicher nicht, was in den Blöcken ist. Sehr schön gemeistert, würde ich sagen. Sehr schön gemeistert. Und jetzt haben wir knapp neun Minuten. Und ich würde sagen... Wir kommen zum Geisterhaus, anscheinend. Ja, und da ist auch schon was angesprochen. Wir müssen irgendwo einen Secret Exit finden. Und ich glaube, in den Level von vorhin können wir das tun. Aber nein, das machen wir im nächsten Part. Es tut mir sorry, dass das hier so ein leider etwas kleinerer Part ist. Aber ich muss verstehen, ich habe nicht so viel Zeit. Okay, das hängt jetzt nicht damit zusammen. Aber ich bin jetzt... Meine Hände sind gebunden. Ich muss den Part hier beenden. Weil ich gleich wirklich noch etwas tun muss. Und deshalb würde ich sagen, danke dir für das Zuhören, dass du wunderbar zugehört hast, glaube ich. Und diesen Part ertragen musstest oder hast einfach. Und ja, wie auch immer. Ich sage jetzt einmal mal Tschüssi Kowski und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Super Mario World. Aha! Okay, ciao!